Liebe Münchner Kammerspiele, ganz herzlich bedanke ich mich für ihr Interesse, meinen Roman Das Dämmern der Welt und Shakespeare Sturm zu einer Theateraufführung zu verbinden. Krieg, Frieden, Krieg, Frieden, Sturm, Stille, warum? Wie das gehen soll, ist mir schleierhaft. Ich möchte mich aber in einem ganz neuen Ansatz nicht verweigern. Hinzu kommt, dass ich Shakespeare Sturm nicht gelesen habe. Das hat aber vielleicht auch etwas Gutes. Du weißt nicht, was es bedeutet zu brennen. Ich werde mich wohl einfach überraschen lassen. Vielen herzlichen Dank, ihr W. Herzog.